Hier hatte ich Kapuzinerkresse. Wisst ihr, was das mit den kleinen grünen Knüppels ist? Da ist ein kleiner Geld. Wunderschön. Wie war dein Name? Christiane. Du bist nochmal nicht bloß. Das sollte man morgen auch nochmal ganz klar formulieren, dass wir uns nicht irgendwie als illegale Gartengesetzer fühlen und sehen, sondern dass wir eine offizielle Anfrage stellen, diesen Platz weiter zu nutzen. Die nächste Frage ist, wo fangen wir jetzt an, beim öffentlichen Raum ihn zu privatisieren für das nächste Projekt? Soviel ich weiß, musste die Fläche dann polizeilich geräumt werden. Ich bin nicht gegen das Projekt. Ich befürworte das. Nur der Ort. Erbsen sind gut gegen Frustration. Erbsen sind gut gegen Frustration. Die Stadt kann auch anders reagieren. Die kann jetzt zurückschreiben. Entweder sie stimmen zu, aber dann ist Ende.